Was machst du denn so? Händchen? Genau, das ist unsere Schutzausrüstung, die wir tragen bei den Messungen. Warum braucht es denn das? Wir prüfen die Sicherheit des Hauses. Was meinst du jetzt für die Schutzkleidung? Falls ich ein Zeichen mache und es zu einer Explosion kommt, dass ich mich nicht verbrenne. Du hast natürlich die Anzeige, oder? Jawohl, ja. Du bist Elektrosicherheitsberaterin. Und jetzt bist du Elektrosicherheitsberaterin, eine der wenigen Weiblichen. Genau. Da braucht es recht gutes Wissen. Es ist sicher sehr spannend und interessant. Genau. Unglaublich, ja. Du hast mir mehr zugeschaut und fasziniert. Ich hatte einen Schwiegervater, der stärkste Kontrolleur war. Das war damals in der ganzen Schweiz. Das war das erste Mal. Da hat man damals gesagt, das ist gefährlich. Da musst du aufpassen. Man muss konzentriert sein. Ja. Das ist so. Ja. Also lenke ich die jetzt so richtig ab? Du lenke mich komplett ab, ja. Und dann musst du noch Notizen machen und so weiter. Ich schreibe mir alles auf. Genau. Und wenn du gehst, soll es eigentlich ja stimmen, oder? Nein, wenn es nicht stimmt, mache ich einen Mängelbericht. Genau. Genau. Aber du bist dann auch wie verantwortlich, oder? Ja, wir haben eine Verantwortung. Das ist so, ja. Das ist jetzt natürlich relativ von uns aus. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein grosses Problem für Uti, oder? Ich denke es auch nicht, nein. Ich denke, uns erwartet da jetzt nicht ein grosser Mängelbericht, den ich da werde machen müssen. Im besten Fall ja keiner. Dann wäre alles immer gut gemacht worden, gell? Was mich sehr erstaunt, ist, dass das da draussen ist. Das erstaunt mich. Ist das bei den neuen Häusern auch mal, dass das draussen ist? Das ist nicht mehr im Haus dein? Der Zähler, heute macht man den draussen ja. Ja, okay. Nur noch bei alten Häusern ist er damals dahin. Genau. Und bei den alten Häusern musst du auch immer FI schauen, ob es da so etwas drin hat, oder? Nein, also die Pflicht ist es ja vor allem bei den neuen Häusern eigentlich. Heute müssen wir es ja überall machen. Und das ist ja noch eins und das andere dazukommen. Ja. Angefangen hat es dann mit dem Badezimmer und von draussen. Früher hattest du ja gar keine FI. Also bei alten Häusern hat man gar keine FI. Aber dort hat man ja Bestandenschutz, gell? Genau. Das muss man nicht nach der Norm, die damals geholfen hat, kontrollieren. Ja, ich habe selbst alles aus. Also man kann es einbauen, macht es sicher auch Sinn, oder? Du hast uns übrigens sicherlich genossen, gell? Natürlich, um dort die Messungen zu machen, oder? Genau, ja. Ihr öffnet normalerweise den Kasten nicht, oder? Ihr probiert den Fuss daran, so zu messen. Welchen Kasten meinst du? Ja, weisst du das bei alten Häusern, wo es bei Asbesten-Tabel hat und so weiter? Asbesten darf man nicht mehr öffnen. Das ist so, ja. Dann darf man halt nichts mehr machen. Man kommt halt immer darauf an, das Sinn machen würdest du schon zum alles wechseln und auf FI umrüsten. Je nachdem musst du aber die ganzen Leitungen auch wechseln, gell? Ja. Ja. Das heisst, man ist auch mit den Kasten verbunden. Das sind Querschläge. Genau. Ja, das ist einmal noch... Und dann hast du auch schon Reklamationen gehabt, wenn du sagst, du musst das und das machen, dies und dies, wenn es in die Tür kommt. Stromabschalten ist das grösste Problem immer für die Leute. Aber die gibt es auch? Ja, man hat kein Internet. Man hat... Die Waschmaschine läuft dann halt im Moment nicht. Ja. Ja. Meistens ist es schrummelt, da braucht man nicht so lange. Genau. Gut, jetzt musst du noch mal messen. Gut. Und wir schauen dir jetzt einfach einmal zu. Es ist hochkompliziert. Also ich habe immer gemeint, ich verstehe noch ein kleines bisschen etwas. Aber das drückt den Kopf vergessen und das ist mir schon klar, da muss man sich unglaublich konzentrieren. Und darum schauen wir jetzt einfach mal zu, weil es ja dann wirklich auch ein gewisser Sicherheitsfaktor ist. Also wenn dann eben die Kontrolleurin da ist, dann muss man dann natürlich auch sich darauf verlassen, dass es auch stimmt und so. Das ist ein anderes Werkzeug. Voraussetzung für deinen Job ist natürlich, dass man zuerst einmal Elektroinstallateurin war, oder? Genau, ja. Und das kann man als Frau auch ganz gut machen in diesem Fall. Das kann man sehr gut als Frau machen. Das ist sogar sehr interessant. Bei dir ist ja ganz verrückt, dass die Mama gesagt hat, du machst das statt der Autopflegerin, oder was? Nein, nein. Ich hatte noch die Möglichkeit, zwischen der Alterspflegerin, mir wurde die Leerschelle abgeboten. Ja. Und, ähm, das ist ein Auto. Mir wurde schon noch die Leerschelle abgeboten und die von Mimibux. Genau. Und dann warst du Mimibux? Ja, dann fand ich, ich mache es selber, ja. Und weg ist sie. Und das ist eine gute Entscheidung. Ja. Da bin ich froh. Ah, das ist eine gute Entscheidung. Ja, super. Jetzt gehen sie ins Auto, ein anderes Werkzeug holen. Ihr seht, das ist jetzt einfach alles gleich live so. Voraussens. Morgen um 9. Es tröpfelt noch ein bisschen. Aber ganz wenig. Also, die Sonne ist da. Und, äh, ja, das sieht alles so einfach aus. Aber eben, ihr wisst, Strom wirklich sehr, sehr gefährlich. Es gibt ja manchmal auch Brände, wo eben der Fehlström und so weiter kann verursacht werden. Also, ganz, ganz wichtig, dass man das eben kontrolliert. Das sehe ich dann bei mir, wo ich so ein Altshaus habe, wo dann der Stablo noch viel grösser ist, weil es zum Teil Stromheizungen drin hat, mit Schützen und so weiter. Also, das ist dann hochkompliziert. Und wenn dort etwas passiert, in dem Holz drin, dann ist natürlich dann passiert, oder? Von dem her sehe ich wirklich, ja, sehr, sehr wichtig. Das ist dann noch das Tableau. Da haben wir alle Sicherungen drauf. Und was ist das draussen gewesen? Draussen haben wir den Aussenzählerkasten. Ja. Und dort haben wir Bezügersicherungen noch drin. Sie haben jetzt noch eine Wärmepumpe. Und Photovoltaik auch, gell? Photovoltaik hat sie auch noch, aber das geht von hier weg, ja. Also, das ganze Programm, ja? Ja, das ist ja auch sehr modernes Haus. Hopp, 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 hopp. Aber das ist ja hochkompliziert, hey, hallo? Findest du? Ja, finde ich schon einen schönen, ja? Ich finde ihn nicht. Wahnsinn. Hast du hier irgendwie so ein Schema? Nein, also, im besten Fall ist es nicht so, wie es da ist, dass dann alles sauber angeschrieben ist. Ja. Und wir eine Legende dazu haben. Das ist ja auch der beste Fall, ja. Also, wenn es alles schön angeschrieben ist, ja. Da kommt dann natürlich das entgegen, das du vorher auch mal installiert hast, oder natürlich? Ja. Ja, ja, ja. Ich hätte mir gerne vorstellen, dass man das machen kann, ohne dass man die Lehre gemacht hätte. Und dann für sich als Kontrolleurin, das ist eine strenge Prüfung, nehme ich an. Ähm, ich fand sie sehr anspruchsvoll. Ja. Da kämen auch ziemlich viele durch, oder? Das ist so, ja. Ja. Ich bin zum Glück nicht eine von denen gewesen. Ja, aber das gerne ein paar Mal, ja. Ja. Das ist so, ja. Wahnsinn. Wahnsinn, du. Das heisst, du hast es nie bereut, dass du jetzt nicht alter Pflegerin geworden bist, oder? Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Ja. Da hat man sicher auch genaue Arbeit, gell? Ja, ja, sicher. Natürlich. Das wird man immer gefragt, aber ich bin sehr froh, dass ich mich damals so entschieden habe, ja. Du bist Mutter von zwei Kindern, Drei und fünfe, gell? Ähm, drei und vier, ja. Drei und vier, ja. Das geht, oder? Das geht sehr gut. Das zu vereinbaren? Ja. Ja, sie sind dann an einem Tag, ich bin bei meiner, äh, bei der Tagesmutter. Ja. Und dann gehe ich danach arbeiten, wie so viele andere auch, gell? Ja. Und... Ist also ein Beruf, den man freibaren kann? Beruf und Familie, oder Teil Beruf und Familie, gell? Eigentlich schon. Kannst du das auch gut selber einteilen, ja. Ja. Verdienst auch okay? Das ist tip top, eigentlich, ja. Du bist jetzt selbstständig, oder? Ich bin selbstständig, ja. Und gehst du in der ganzen Schweiz, also wenn man dich ruft? Wenn man mich in der ganzen Schweiz will. Ja. Aber ich bin vor allem natürlich schon da, im Werdenbergsorganserland. Mhm. Wo ich dann auch da, die ganzen Kontakte, die ganze Lehre gemacht habe, und so. Ja. Da kennt man sich so untereinander. Das ist eine Art wirklich. Da machst du es so, lauter so fett. Ja, das ist nicht... Das ist sicher nicht vergessen. Ja. Und wenn mal etwas ist, kann man nachschauen. Ja, aber jetzt... Das ist ja wahnsinnig, unglaublich, ey. Und das ist ja auch sehr schön gemacht. Ja, so bist du es. Aber trotzdem... Das ist ein sehr superes Tableau. Aber dann kommst du auch eine andere Tableau her, gell? Definitiv, ja. Da musst du manchmal auch ein bisschen studieren, he? Da muss ich auch studieren, ja. Genau. Du bist jetzt eine Frau. Das heisst, du würdest auch Maidle empfehlen, so einen Beruf zu machen? Ja, unbedingt. Du bist nicht irgendwie eine spezielle Frau, weißt du so... Nein. Also mal eine spezielle bist du natürlich schon, das ist klar. Ja, aber einfach... Ja, aber da können Maidle auch Interesse haben, in der Technik können das machen. Ja, also... Es ist wirklich... Ähm... Ja, wir leben natürlich körperlich arbeiten, aber man sieht so viel, man lernt so viel. Wir arbeiten mit allen Materialien. Ja. Ähm... Ich sage jetzt so, Kupfer... Man hat Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, man nimmt... Man hat eine Bohrmaschine angekommen, man pflexen... Ähm... Man kann nachher echt viel, ja, ist natürlich cool. Ja, das ist natürlich cool. In der Berufsschule unterrichtet, gell? So ZFI-Ingenieurwesen, da hatte es eine Mädchen drin, die hat sich immer beklagt. Wegen. Ja, faule Sprüche und auch die Männer um sie herum. Wie war das denn so bei dir? Es ist danach wirklich gegangen. Eigentlich gab es nur einmal, dass einer nicht zu frücken hat. Aber sonst, habe ich es immer recht gut gekannt. Aha, ja. Ja, super. Genau. Gut. Jetzt muss ich jetzt schreiben, jetzt muss ich mich noch mal konzentrieren. Ja, genau. Du rechnest dann pauschal ab, oder noch Aufwand? Ich? Da? Ja. Pauschal. Das heisst, wenn du die jetzt verhindern, ist das dann ein Einbuß? Nein, nein. Tut das ganz normal, wie wenn du nicht rumwerfst. Was machst du hier? Wir prüfen Steckdose. Ähm, da machen wir kurz und strommässig. Jede Steckdose musst du prüfen? Alles. Mama mia, Mama mia. Aber Herr, weisst du, wo es Steckdose überhaupt hat? Ja, wir sind ja noch immer etwa am gleichen Ort. Aha. Das ist noch immer. Genau. Und wenn du einen kurzen drauf hast, und dann? Da habe ich keinen kurzen drauf, dann hätte man keinen Strom drauf. Aber weisst du, wenn jetzt etwas falsch ist, und was merkst du dann? Wenn etwas falsch ist, das Messgerät pfeift. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Schutzleiterunterbruch ist, oder so, dann pfeift das Messgerät. Ah. Dann reklamiert das Messgerät. Oder wenn zum Beispiel auch... Und dann was machst du? Ja, dann schreibe ich es auf. Aha. Schreibe ich es aus. Wenn es ganz schlimm ist, wenn wir Schutzleiter unter Spannung haben, dann wird es aus Betrieb genommen. Hast du auch schon gehabt? Ja, ja. Das hat man noch irgendwie. Erstaunlich eigentlich. Wahnsinn. Ja. Genau. Was heisst denn, wenn etwas ist bei der Steckdose, dass es auch Gefahr im Moment da wäre? Ja, also wenn es etwas ganz gefährlich ist, eben wenn es zum Beispiel Schutzleiter unter Spannung dann nicht mehr ausser Betrieb. Aha. Dann muss der Kunde eigentlich dann gleich ein Elektro-Kolo, das das gut beheben. Genau. Wahnsinn. Ja. Ja, du. Gehst du von einer Steckdose zur anderen? Genau. Wir haben... Schutzleiterprüfung. Das ist jetzt auch so. Das ist etwas sehr Wichtiges. Ah, hoi, hoi, hoi. Und jetzt, was jetzt verbindest du noch? Aha. Ich verbinde nicht. Warum hast du das Kabel eingesteckt und ziehst du es noch? Ja. Jetzt schaue ich, ob der Schutzleiter überall verbunden ist miteinander. Wir waren ja vor dem Keller unten und haben hier oben gemessen. Es ist alles gut. Ja. Und so weiss, dass alles gut ist. Aha. Du merkst schon, das ist unglaublich. Es ist schwierig, sich zu konzentrieren, während du mit mir sprachst. Normalerweise mit nichts in Ruhe. Und dann muss es pfeifen, und wenn es nicht pfeift, ist es nicht gut? Wenn es pfeift, ist es ganz gut. Ah, und wenn nicht? Dann ist entweder der Schutzleiter unterbrochen oder der Widerstand ist zu hoch. Was hast du mit dem Kabel unten gemacht? Der Steckdose auf dem Geschirrspüler. Aha. Das ist dort unten. Ja, du. Da kommt dann natürlich das Hausfrauen sein ein bisschen entgegen, gell? Ja, gell. Ich habe immer so Ideen zusammen, aber noch etwas anderes. Hey, schau mal da. Unglaublich. Aber es ist schon wahnsinnig wichtig, dass man so etwas macht. Gerade die Schutzleitung natürlich. Wenn die nicht funktioniert, bringt das alles zusammen nichts, oder? Ich vergleiche es eigentlich noch gerne mit der MFK. Da bringt man es auch hier hinein. Ja, das Bremsenhaus funktioniert. Ja. Das ist dann genau das Gleiche. Das ist schon wichtig, ja. Es geht ja auch ein bisschen darum, kann Frau das, das haben wir schon gesagt, kann es eine Mutter. Du sagst, du hast es trotz zwei Kinder, also kannst du quasi fast 40 Prozent arbeiten, wenn es gut einrichtet ist. Genau, ja. Natürlich ist ein Kampf, gell? Ja, da ist natürlich eine Steigerung, kann man sich selber einteilen, gell? Ja, ja. Da kann man selber, natürlich könnte ich mehr arbeiten, aber dann hast du weniger Zeit mit den Kindern. Ja. Und natürlich hast du auch wenig Freizeit, das muss man auch klar sehen, gell? Ja, das ist, glaube ich, immer so, wenn man selbstständig ist, dass es einfach, man schafft es anders. Ja. Hoppala. Hoppala. Man schafft es anders, wenn man selbstständig ist. Jetzt gehst du von einem Raum, von einem Stock zum anderen? Genau. Wir gehen auch durchs ganze Haus, durch alle Räume. Also ich sehe ihn wirklich nett, bei den Kunden, überall. Auf jeden Fall ist es ein super Eibling. Was ist denn so etwas, was dich am meisten fasziniert in diesem Job? Hm, Tagwechslung. Ja. Also mittlerweile, gerade als Elektrosicherheitsberaterin, bist du für den Kunden, du hast den Kundenkontakt, du hast das technische Wissen, das musst du haben, und du hast noch ein wenig Arbeit hier im Büro. Das ist eine Art, finde ich eine Art, eine super Aufteilung. Ja, das passt mir eigentlich recht gut. Ja. Ja. Das besag dir eigentlich gar nicht, da stehen bei uns recibir ... Ja, das heißt das istulated bei uns ... Ich kaufe seine ...